Okay, dann schauen wir mal, wie schaut es hier aus. Baue ich da eine Festung? Ne, ich baue hier eine Halle der Krieger. Hier bauen wir das auf, hier bauen wir das da. Hier haben wir eine Halle, hier haben wir eine Halle, hier haben wir eine Halle. Da bauen wir einen Gang. Hier kommt eine Halle hin. Der nimmt das Gebiet ein. Hier kommt eine Schmiede hin. Hier eine Festung. Dann greifen wir da unten an. Das sieht hier ein bisschen knapp aus. Na, wird schon gehen. Muss gehen. Das reißen wir ab für eine Festung. Das reißen wir ab für eine Halle. Da bauen wir eine Festung. Das passt. Da kommt eine Halle hin und schauen wir mal kein Geld mehr. Guckt es euch das an. Teuer, teuer der Spaß. Wie nehme ich einen Mordor jetzt ein? Ah, weißt du was? Ich töte die... Na, nee, warte. Oh, ich habe die Idee. Jetzt pass mal auf. Megatrick. Der Megatrick. Ich greife jetzt Minas Morgul an. Es wird sau nicht lustig. Aber, aber, passt auf. Ich nehme auch dieses, die Totensimpfe ein. Dann sind die gesperrt. Und alle die Helden sterben komplett weg. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Helden. Die dann einfach tot sind. Komplett tot. Das ist ein riesen taktischer Vorteil. Weil die muss ja erst eine Festung ausbauen. Ausbilden. Das kostet Zeit und Geld. Und ich habe dann viel weniger Stress hier. Wenn ich das schaffe, ist es wahrscheinlich der endgültige Todesstoß. Danach ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit. So, der Gimli moved. Der Brand moved. Und die beiden auch. Es muss halt bloß der Dain schafft. Aber er kriegt das schon mit dem Rufen. Und der Typ, der kriegt das eh hin. Okay. Okay, der bleibt. Aber der Rest greift an. So, jetzt muss ich nur hier einnehmen. Das gehört mir instant. Das hier verteidigen. Okay, sie versuchen es. In Ordnung. Aber wenn das klappt. Weil er kann sich. Kann er sich zurückziehen. Ah, die Elben können sich glaube ich zurückziehen. Zum Tor. Zum schwarzen Tor. Aber ich habe dann die Toten zu finden. Das heißt, die kann ich anschließend auch in die Zange nehmen. Ich sterbe nochmal zwei Helden extra. Weil die sind weg von der Karte. Die brauchen dann eins oder vielleicht sogar zwei Runden, bis sie wieder gebaut sind. Das ist ein gigantischer Vorteil. Ich muss jetzt nur sicherstellen, dass ich hier auch wirklich gewinne und nicht komplett verkacke. Das ist wichtig. Aber um das zu gewährleisten... Passt das? Ne, warte mal. Bauen wir noch das Türmchen. Die Hobbits sind zwar echt nicht schlecht, aber in letzter Zeit sterben die mir zu schnell. Und das macht dann auch keinen Spaß. Hier hat es irgendwo Orts. Genau, die töten wir wieder. Den nehmen wir uns. Und den Vorposten hätte ich auch gerne. So. Das sieht gut aus. Wie viele sind es denn jetzt? Angma und Elben. Das heißt, ich werde mit einigen Reitern zu tun haben. Ihr könnt es aber weiterrennen. Okay, zurück. Ich muss zurückkommen. Oh! Hilfe! Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Das ist ja ganz ungeil, was die hier anstellen. Weiter! Feuer einstellen! Unsere Gebäude! Sammelt euch! Da sind sie! Bogenschützen! Bogenschützen war der Tag ist nah! Haltet sie in Schau! Na, ihr solltet erstmal die töten hier. Sie greifen unsere Rohstoffe an. Seid ihr bereit? Haltet sie auf! Salbe! Okay, lockt den, lockt den mal weg. Wenn der euch nur hinterher rennt, dann könnt ihr dem hinterher rennen. Was die da machen, weiß ich auch nicht. Was, was ist das? Idioten. Bogenschützen! So, das gibt mir wenigstens ein bisschen Zeit, denn... Okay. Und wie beschrieben, die werden neue Einheiten dazu bekommen aufgrund des Bannerträgers. Sie müssen nur ein bisschen hier rumstehen und nichts tun. Und dann müssten sie eigentlich wieder ein paar Truppen bekommen. So, ganz wichtig, ich muss das Katapult zerstören. Das heißt, die müssen laufen... Oh, ne. Und das Katapult hier vernichten. Die Feuerpfeile sollten effektiv sein. Ja, sind sie auch. Und die Festung steht erstmal. Boah, der Schaden ist schon echt abartig. Ja, dann zerstört's mal, das Lager des Feindes. So, hier bauen wir jetzt eine Halte der Krieger. Und dann schicken wir jetzt mal ein paar Axturmerweiterungen. Denn, ich vermute mal, der Hexenkönig wird kommen, um mir ordentlich Schaden zu drücken. Bald. Und die Bogenschützen allein sind ein bisschen zu schwach. Heilt verschanzte Einheiten, Hallenerweiterung. Das wär auch nicht schlecht. Na ja, mal schauen. Genau, hier kommt jetzt der Feind. Oh, instant. Gibt's euch das mal? Instant gelockt hier, das Gebäude. Wie fies. Aber okay, so ist es halt. Jetzt bauen wir noch ein paar Falangen. Ach, Jungs. Ja, 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 jetzt kommt er. Jetzt, jetzt kommt er. Dann bauen wir jetzt hier wirklich eine Hallenerweiterung. Mal sehen. Vielleicht brauche ich sie gar nicht, aber... Wahrscheinlich brauche ich sie doch. Was ist das hier los? Okay. Ah, da passen sogar drei Leute rein. Perfekt. Schön ist denn. Schön da rein. Genau. Weil dann habe ich hier erstmal einen Sohn-Teil. Der zerstört hier ein bisschen was, aber das geht schon. Den Baumeister soll sich retten. Okay. Es sieht jetzt nicht wunderschön aus hier. Und die haben schon wieder einen Katapult. Aber... Das macht ja jetzt alles nix. Solange der Typ stirbt. Und der stirbt. Das weiß ich. Das ist seltsam. Das ist seltsam. So, schön zurückziehen. Dann hier jetzt wieder so ein böse Bericht. So, so ein... Wie ist das? Glorfindel. Der muss sterben. Tut mir leid, Glorfindel. Hier bauen wir noch. Leben die jetzt noch alle? Ich meine, die werden geheilt. Ja, ich habe noch alle drei Bataillone. Die werden jetzt geheilt. Das sollte mir helfen. Oh, die Katapulte. Die ist ein Nerv. Da muss ich was dagegen tun. Gegen die Katapulte muss ich was unternehmen. Und zwar sehr bald. So, Hobbits haben sie auch. Das heißt, sie haben sie entweder gerufen. Oder, was wahrscheinlicher ist... Jetzt soll ich den scheiß mal? Oder, was wahrscheinlicher ist, sie haben... Ein Gasthaus. So, ich muss jetzt hier unten leider erstmal warten. Ja, das ist halt böse. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich stehe hier das Gebäude einmal. Das gefällt mir nicht. So, wie schaut es jetzt hier aus? Das haben sie zerstört. Ja, dann bauen wir es halt wieder auf. Ach, Quatsch, es ist zu spät. Das wird schon. Ich meine, irgendwann sterben sie alle. An Cellulitis. Oder so. Wobei ich tatsächlich sagen muss, und das ist mies. Wahrscheinlich ist es kein Spaß. Und ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Vermutlich ist es was echt Ekliges, was man niemandem wünscht. Also, wenn ihr es wisst, klärt mich auf. Oder vielleicht google ich später einfach. Kann man ja jetzt in der heutigen Zeit, wenn man was nicht weiß, Dr. Google weiß alles. Und er klärt einen schön auf. So, ich muss schön weiterbauen. Ich glaube, ich baue noch eine Halle der Krieger. Für mehr Falangen zum Spannen. Oh, nicht der Turm. Ausgerechnet den Turm. So, das reißen wir jetzt ab. Und dann bauen wir hier einen Turm hin. So, hier haben wir eine neue Halle. Dann bauen wir hier noch eine Esse hin. Und die rennen da lang. Nehmen das Gebäude ein. Und zwar sind es die da. Und die gehen zurück zur Esse dann. Hat es hier noch irgendwo böse Katapulte? Oh ja. Aber ich baue einfach mal weiter. Das wird schon. Das wird schon. Das OP ist ein fürchterlicher Hotkey. Jetzt lasst mich hier mal gucken. Tötet mal das hier. Und ihr greift bitte die Katapulte an. Bitte. Oh, dieses rumige Ziel. So, die Blödwölfe hüpfen hin und her. Glückwunsch, ihr seid Blödwölfe. Und. Ha. Was macht man jetzt noch? Ich glaube, ich baue noch das Teil. Weil dann kann ich die Bogenschützen ein bisschen ausrüsten. Und das sollte mir dann gut gefallen. Hier haben sie einen Turm zerstört. Den bauen wir wieder auf. Oder ich habe den Turm nie gebaut. Die bauen jetzt das erste Mal auf. Das kann auch sein. Tatsächlich dauert die Schlacht schon wieder recht lange. So, die Reiter müssen jetzt alle sterben. Weil sie mitten in die Falangen reingelatscht sind. Wie so Idioten. So, dann greift man da mal an. Rüsten den aus. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Schmiede bauen soll. Ich glaube, erstmal nicht. Erstmal nicht. Meine Streitwegen sind ganz nützlich. Ja, aber. Hier mit den Katapulten und so. Das gefällt mir alles nicht so. Wenn ich nur... Was ist das? Oh. Nicht schön. Na, das lohnt sich alles hier nicht. So. Ah, danke. Baumann neun. Da hat's Ohr gejuckt. Und okay. Ah, da ist ein Feuerdra... Uh. 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 Okay. Wenn man ein Feuerdrache ist. Das erklärt so einiges. Irgendwo. Okay. Blöd Ohr. Äh. Ah ja, perfekt. So, ihr zerstört das. Oh, nee. Na, scheiße. Nimmst das Ding einfach ein. Was ist denn da hinten? Aha. Blödviecher. Und noch ein Katapult. Aber das lassen wir uns alles nett gefallen, ne? Sehr schön. Na gut, das stirbt alles. Das Gebäude könnte uns immer noch... Wir sind in Gefahr. Wir sehen nicht, woher sie angreifen. Ich baue mal neue Minimä. Hier sind sie. Macht eure Schwere bereit. Na gut, die sind tot. Ich meine, da ist ein Baumeister, aber... Ich weiß halt immer noch nicht, wo der Gegner ist. Ich weiß es noch nicht. Und solange ich das nicht herausgefunden habe, wo genau, will ich meine Fähigkeiten nicht verschwenden. Das Gebäude ist halt dich auch mal zerstört. So. Kennt ihr das, wenn euer Ohr drin so ganz eklig juckt? Das ist doch nervig wie Sau. So, zerstört das Gebäude einfach mal. Jetzt gibt es die Feuerpfeile. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Klickspam. So, könnt ihr den Drachen... Schafft es ja den. Vielleicht stirbt der Drache auch an den Phalanx, weil es als Reitereinheit zählt. Gibt es euch mal. Hihi. Ja, wenn man das Spiel so ein bisschen verstanden hat, dann ist man da teilweise gar nicht so schlecht dabei. Okay. Ja, dürfen sie. Sie dürfen es probieren. Ich habe halt hier keine Sicht, ne. Boah, das gehört mir immer noch nicht. Gibt es ja nicht. Wie langsam die halt Stuff einnehmen, ne. Ist unglaublich. Aber ich baue es hier einfach mal weiter ein paar Gänge. Na, dann bauen wir hier wieder einen Turm. Oh Gott. Na ja, dann bauen wir jetzt hier so eine Festung. Und mit dem Erdbeben muss ich halt noch warten. Das geht jetzt nicht anders. Haben wir es jetzt endlich. Gut. Ja, da kommt mehr und mehr Zeug. Wie wäre es, wenn du erstmal das Katapult hier zerstörst? Und ihr das da angreift. Lang hält die Mett durch. Ich glaube aber, ich baue jetzt gleich mal doch noch mal einen Baumeister und eine Schmiede. Ähm. Ah, guckt euch das an. Hier mit den Katapulten. Die machen so viel Schaden. Das nervt doch. So, dann bilden wir hier nochmal aus. Ähm. Und. So, dann holen wir uns jetzt hier die Viecher. Und mit einem Scouten als... Ah, endlich. Da schaut sich das an. Da sind sie. Da rennen wir rein. Zerstören alles. Schönes Ding. Kein perfekter Treffer, aber... Einer ist weg. Jetzt haben wir gewonnen. Okay. Weil die haben keine Festung. Die haben nicht den Ring. Es kommt kein Sauron. Das war's. Wir machen Fortritte! Unsere Gemeinde! Aha! 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 So. Und damit müssten wir es jetzt eigentlich haben. Die Hobbits hier mit ihren Stöcken waren auch nichts mehr. Die Düsterwald-Bogies. Joa, könnten eventuell... Ah, schaut euch das mal an. Hier, schnell eine Heilung draufpacken und dann noch ein bisschen boosten. Und dann müssten sie jetzt ganz knapp überleben. Gent. Huhuhu. Das passt schon, jetzt haben wir vier Baumeister, kann ich bauen, wie ich will. Schaut mal, wo ich überall bin. Überall, überall. Alles, alles meins. Und dann. Was bauen wir jetzt noch? Benachdungsfässer bräunen. Ölfässer. Das probieren wir mal, die Ölfässer. Ich will die mal ausprobieren. Baue ich halt so selten. So, das Gebäude zerstören wir noch. So. Na komm. So, Ölfässer. Sind sie fertig? Noch nicht. Ja, ihr lauft jetzt ein paar Mal hier so hin und her. Ich will nämlich wirklich noch die Ölfässer ausprobieren. So, hier kommen sie. Ah, guckt's euch. Guckt's, guckt's mal. So. Ah, dann kann ich hier drauf drücken. Das ist wie bei der Menschenfestung. Dann kippen da oben die Zwerge so ein Fass runter. Und das fällt dann und dann macht's hier. Blumms. Und dann brennt in die Festung. Geil. Geil. Wow. Die Zwerge sind so klug. Stecken ihre eigene Festung in Brand. Was für Idioten. Können wir noch was bauen? Ausbilden? Ja. Überlässt meiner grenzenlosen Macht. Okay. So. Dann geht's mal hier schön in Stellung. Ich will einen schönen Endscreen sehen. Na los. Brav. Naja, geht so. Ist okay. Denke ich. Alright. Das sieht doch ganz gut aus. So, das hat es wieder viel zu lange gedauert. Aber verteidigt. Und wie gesagt. In der nächsten Runde gehört uns dann das hier. Ich meine die Elben und der Hexenkönig hier. Die können bloß dahin zurück. Das hole ich mir dann. Und dann sterben nochmal zwei Leute. Und dann wird's geil. Ich glaube dann kann ich nur noch durchrennen. Das war's.